bloß keine dummheit los umdrehen auf die knie du kennst sie ich melde okay die hände auf den kopf hier ist ramirez auf sektor 12 erbitte abholung von drei flüchtigen verstanden sie ist doch mal so dass ihr könnt ihr sich richtig hübscher stell genug von diesem scheiß wie lange dauert ein paar minuten ja 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 scheiße ich dachte wir würden sie irgendwie aufhalten